Die nächsten Sekunden werden alles verändern. Benjamin, ein junger Iraner, wurde als Muslim geboren. Jetzt ist er Christ. Getauft wie Jesus im Jordan in einem städtischen Schwimmbad in Hamburg, vom Pastor der persisch sprechenden freien evangelischen Gemeinde. Der Übertritt zum Christentum im Iran steht darauf die Todesstrafe. Bisher hatte ich nicht die Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten. Jetzt beginnt mein neues Leben. Ich bin froh, dass Gott jetzt an meiner Seite ist. Mehr als 600 Flüchtlinge wollen sich allein in dieser Gemeinde in diesem Jahr taufen lassen. Auch andere Gemeinden berichten von großem Zulauf. Die genaue Zahl der Glaubensübertritte wird bundesweit aber nicht erfasst. Das Freudenfest der Getauften kann Folgen für das Asylverfahren haben. Möglicherweise verbessern die Neuchristen ihre Chancen auf ein Bleiberecht, wenn in ihrer Heimat Christen verfolgt werden. Das BAMF erklärt zum Glaubenswechsel, zur sogenannten Konversion. Sie führt grundsätzlich zur Schutzgewährung, wenn dem Asylbewerber im Heimatland Verfolgung droht. Doch warum jemand die Religion wechselt, lässt sich durch die Anhörungen kaum zweifelsfrei feststellen. Die Entscheider fragen zum Beispiel, wie lauten die zehn Gebote oder wie viele Tage liegen zwischen Ostern und Pfingsten. Gemeinden der Amtskirche sehen diese Praxis kritisch. In eigenen Glaubenskursen will man lieber selbst feststellen, wie ernst es die Taufbewerber mit dem christlichen Glauben meinen. Zehn Gebote im Wortlaut oder das Zitieren von bestimmten Bibelstellen. Wir lehnen das deutlich ab, denn der Glaube erschöpft sich nicht in abfragbarem Wissen. Für viel relevanter halte ich beispielsweise die Frage danach, wie stellen sie sich vor, den Glauben persönlich zu leben. Auch Benjamin hat seine Motive in einem persönlichen Gespräch mit dem Pastor erklärt. Er sei jetzt Christ aus voller Überzeugung, sagt er, aber er wolle diesen Glauben auch leben können. Mir ist egal, wo ich hingeschickt werde. Ich weiß nur, für mich ist eine Rückkehr in den Iran unmöglich. Ich möchte in Freiheit leben, ohne dass sich jemand einmüscht. Rund die Hälfte seiner Taufbewerber kommt zunächst, um ihre Chancen im Asylverfahren zu verbessern, schätzt Pastor Albert Babayan. Doch er freut sich über Zulauf. Seine Gemeinde will missionieren und setzt auf die Überzeugungskraft der christlichen Botschaft. Mittendrin sprechen sie auch davon und sagen, ich bin hierher gekommen wegen meinem Pass, aber ich habe jetzt wirklich Interesse gefunden an dem Glauben und an Christus. Die Taufe zu verweigern ist für alle christlichen Gemeinden schwierig. Selbst in Abschiebegefängnissen wird getauft. Doch der neue Glaube ist keineswegs ein hundertprozentiger Schutz vor Abschiebung. Auch in den Iran, Benjamins Heimat, werden Christen zurückgeschickt.